Wie viel Betrieb ist in diesem Jahr an den Futterhäuschen im heimischen Garten oder am Balkon? Das können Sie an diesem Wochenende beobachten und notieren. Der NABU und der Bayerische Landesbund für Vogel- und Naturschutz rufen wieder zur Stunde der Wintervögel auf. Allerdings sei der Nahrungstisch in diesem Winter auch in der Freien Natur reichlich gedeckt, sagt Manuela Brecht, Naturschutzreferentin beim NABU Brandenburg. 2022 hätten Buche, Fichte und Co. außerordentlich viel Früchte gebildet. Und viele Arten leben davon. Deshalb sei es interessant, ob typische Waldvögel den Weg in die Siedlung finden. Sie können die Tiere 60 Minuten beobachten. Von jeder Art die höchste Anzahl, die gleichzeitig zu sehen ist, aufschreiben und melden. Tipps und Anregungen dazu finden Sie auf der Homepage des NABU Brandenburg.